Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser wunderschönen neuen Tweakly am Montag, natürlich in der fantastischsten Woche der Welt, nämlich der neuen Woche oder so. Ich habe euch ordentlich heute hier was mitgebracht. Wir reden heute mal zum ersten Mal ein bisschen über die Gesamtwirtschaft. Ich traue mich mal so ein bisschen in andere Wässer reinzuspringen. Und wie ihr seht, reden wir einmal über den Gerichtstermin mit Yusin Chua und Julian Hoss, beziehungsweise über die K-Group. Denn laut Reddit war ein Mitarbeiterin von Cake dort und hat hier 587 Milliarden Zeichen aufgeschrieben und hat nach und nach alles runtergeschrieben, was dort alles so passiert ist. Und da möchte ich mich einmal kurz mit euch drüber unterhalten, damit ihr so einen gewissen Blick bekommt anhand des Berichts, was tatsächlich dort vorkommt. Aber natürlich gibt es noch andere Themen. Es geht nicht nur natürlich um die Deferchain und es geht auch nicht immer nur um Drama, denn es geht nämlich um was viel Wichtigeres. Denn wir haben ja Cake, Deferchain, dem Kryptomarkt, hochvolatile Assets, Nvidia, danach kommt S&P 500, danach kommt der MSCI World, danach haben wir Rohstoffe, Gold, Edelmetalle, Rohöl, Gas und so weiter und so fort. Und wir können das beste Projekt der Welt haben. Es hilft nichts, wenn die Gesamtwirtschaft leidet. Denn das ist das, was mir persönlich in den letzten Jahren relativ krass klar geworden ist. Ich habe 2017 angefangen mit Krypto, dann hatte ich irgendwie Aktien, dann hatte ich ETFs. Aber ich habe erst später festgestellt, diese ganze Hochinflationsphase, Corona und so weiter, das habe ich überhaupt gar nicht gecheckt. Mir war gar nicht bewusst, was dort passiert, dass wir 0% Zinsen hatten und die Leute sich die ganzen Immobilien gescheffelt haben for free. Da hatte ich überhaupt keinen Plan von, dass sowas wie Zinsen bzw. Leitbanken, die auch einen Einfluss haben auf den Kryptomarkt, auf den Aktienmarkt, auf den gesamten Weltmarkt natürlich. Da war ich einfach noch viel zu Noob drin. Und da muss man tatsächlich, wenn man sich auch mit solchen Dingen befasst hat, auch irgendwie durchaus auch Gedanken machen. Weil ich kann mir natürlich ein geiles Projekt raussuchen. Wenn aber vor diesem Projekt alles kaputt geht und nicht funktioniert, dann könnt ihr so viel Research betreiben, wie ihr möchtet. Dann wird auch der Bitcoin nicht steigen. Und wir haben hier zumindest gesehen und ich verfolge einen ganz fantastischen Kanal in der letzten Zeit, dass die US-Inflation, wie wir sie uns vorgestellt haben bzw. wie die FED sich das Ganze vorgestellt hat, nicht so gut funktioniert hat, wie erwartet. Der Jerome Powell hat sich ja vorne hingestellt, eben Ende letzten Jahres und hat gesagt, Zinssenkungen könnten dieses Jahr möglich sein. Wir sind jetzt im April, haben immer noch keine gesehen. Und die Hoffnung danach schwindet auch, ehrlich gesagt, geht alles so ein bisschen nach hinten. Und das sehen wir auch anhand von verschiedenen Daten, die wir uns gleich mal anschauen können bzw. verschiedene Sektoren. Manche laufen gut, manche laufen schlecht. Und wir sehen, dass die US-Inflation, wir sind halt noch nicht über der Kippe. Und in Europa ist es halt letztendlich genauso. Wir haben immer so einen Schwankenhoch nach oben und nach unten. Und dadurch wahrscheinlich, Mutmaßungen meinerseits, dass Zinssenkungen versprochen worden sind, haben die Märkte das zum Teil halt eben auch schon eingepreist. Und wir sehen ab und an jetzt durchaus schon, wenn sie es so ein bisschen Richtung, da hatte irgendwie ein FED-Mitarbeiter gesagt so, ja, aber wenn die Märkte gut aussehen, müssen wir auch keine Zinsen senken. Dann können wir uns noch um die Inflation kümmern. Dass dann innerhalb eines Tages der MSCI World um anderthalb, ein Prozent nach unten gefallen ist, das war schon, ich weiß, für Krypto ist das nichts, aber für den großen Gesamtmarkt ist das schon eine gute Ecke gewesen. Also offensichtlich wird gerade so ein bisschen Vertrauen gebrochen. Die Leute haben eine Zinssäckung dieses Jahr erwartet. Ob sie kommt, wissen wir nicht. Das ist aber natürlich wichtig unter anderem auch für alle anderen Assets, wo wir investiert sind. Weil wenn Geld billig ist, weil der Zins ist, ist Preis fürs Geld, dann kann natürlich auch nicht der Bitcoin wieder to the moon gehen. Spannende Geschichte, einmal zu der Zinsgeschichte. Die muss man irgendwie so ein bisschen im Blick haben, auch wenn es ein bisschen viel Arbeit ist. Das ist mir so wohl klar. Und wir gucken uns gleich mal verschiedene Märkte an, wie sie dieses Jahr performt haben. Was dazu noch dazu kommt, wir haben jetzt in den letzten ein, zwei Tagen einen großen Abverkauf gesehen an den Kryptomärkten. Ihr wisst jetzt schon Bescheid, was am Montag passiert ist. Ich nehme das wieder am Sonntag auf. Ich weiß es nicht, was der Aktienmarkt aktuell so macht. Denn wir hatten ja eine Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten. Der Iran hat Israel attackiert in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit über 300 Raketen, Sprengzeugs und allem möglichen Kram. Und so politisch soll das jetzt auch tatsächlich nicht werden. Aber das hat natürlich auch Einfluss auf den Gesamtmarkt. Und den Gesamtmarkt, gucken wir uns das einmal ganz kurz an. Ich habe das mal hier so ein bisschen erweitert. Wir haben ja einmal generell eher mal, lass uns mal einfach mal kurz gucken, was year to date, wie die ganzen Sachen so performt haben. Wir haben Bitcoin, sehen wir hier oben, 44+. Ethereum 30+, das heißt Bitcoin hat auf jeden Fall Ethereum outperformed. Das ist auf jeden Fall eine starke Geschichte, weil letztes Jahr meine ich mal genauso. Lass uns mal ganz kurz gucken. Die letzten zwei Jahre, Bitcoin 59, Ethereum 1%. Ja, hat auch outperformed, ja. Grow habe ich persönlich drin, weil das einer meiner Altcoins ist, die ich halte. Unter anderem auch wegen der Crypto.com-Karte natürlich. Dort sind wir bei 25%. Ethereum hätte sich also mehr gelohnt. DFI sind wir bei 59% im Minus. Ich habe jetzt noch Seymet reingenommen. Die sind auch 26% im Minus. Das bedeutet, auch dort Bitcoin eine bessere Wahl gewesen. Und jetzt kommen wir mal zu den interessanten Märkten, weil wir sind ja eigentlich diejenigen, die in Krypto Geld verdienen wollen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei jungen DeFi-Unternehmen unterwegs sind und wenn wir dort halt nicht die 200, 300% im Staking, Liquidity-Meinung oder was auch immer bekommen, müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wenn wir hier bei DFI, Say oder wo auch immer rumhängen, Kohle verdienen möchten und einfach ein total brain dead MSCI World, All Country World Index 10% macht. Ihr seht ja hier, nicht großartig viel zu tun. Hier sehen wir übrigens, sag ich mal, der Markt hat den Zins eingepreist. Also es hat ja schon angefangen im Herbst, dass es ein bisschen nach oben ging. Und dann ging das ja ab Oktober einfach nur noch völlig bescheuert nach oben. 21%, das ist auf jeden Fall eine Einpreisung. Die Märkte haben sich, warum auch immer, wiederholt. Wir sind bei relativ hohen Zinsen und trotzdem geht der Gesamtmarkt nach oben. Es wird Geld reingepumpt. Was aber eher dafür spricht, dass die Leute dann doch durchaus ein bisschen skeptischer sind, sehen wir hier, ich habe nur ETFs bei mir tatsächlich persönlich, sehen wir hier an dem Physical Precious Metals, also Gold, Silber, Palladium. Gold pumpt gerade in den letzten Monaten auch ebenfalls bescheuert nach oben 13%. Und Gold ist ja durchaus der sichere Rohstoff, der sichere Wert und der sollte natürlich nicht Altcoins ausperformen. Also gerade sind wir sehr, sehr, sehr skeptisch solchen hochvolatilen Assets gegenüber, zumindest macht der Markt das Ganze. Wir sehen das Ganze ebenso beim World Energy ETF, hier geht es um Ölgas und so weiter und so fort. Dort bricht das Ganze halt eben auch an die Preise gehen nach oben. Und wir haben ebenfalls nochmal, das ist ein Europe 600 Stocks, also es geht rein um Rohstoffe, sage ich jetzt mal, dass es ebenfalls nach oben gegangen ist. Und das, wenn wir verschiedene Assets haben, wie zum Beispiel die Energiekosten und halt allgemeine Rohstoffe und die nach oben gehen, dann ist da so ein kleiner Rattenschwatz dran, dass natürlich auch Produkte irgendwann teurer werden, Inflation vielleicht wieder zunimmt, die Wahrscheinlichkeit, dass Leitzinsen sinken, eher abnimmt, beziehungsweise Dinge eher teurer werden. Und das schadet natürlich auch irgendwie dem Aktienmarkt, weil wenn die Leute weniger Geld haben oder Geld zur Verfügung haben, wenn die Firmen weniger Geld zur Verfügung haben, können sie nicht investieren, Geld generieren, die Leute können keine Aktien kaufen und so weiter und so fort. Und das ist ja das große Gesamte, was man alles im Blick haben muss, bevor man irgendwann sagt, hey, ich nehme mir einer der verschiedenen Assets aus, nehme mir eine von 10.000 Kryptowährungen und nehme dann das eine. Ansonsten haben wir einmal nochmal hier den Real Estate Markt, den gibt es nach wie vor nicht sonderlich gut. Wir haben zwar aber auch hier gesehen tatsächlich, dass wir schon einen großen Anstieg hatten an 19 Prozent, eben weil die Zinserwartung da gewesen ist, weil die Immobilienbranche ist sehr von Zinsen abhängig, logischerweise. Allerdings danach ist das Ganze ein bisschen eingebrochen, läuft eher so seitwärts. Also so seit Anfang des Jahres sind die Leute sich jetzt nicht so sehr sicher, ob die Zinsen noch gesenkt werden. Und ansonsten haben wir hier Microsoft 13 Prozent, Apple 5 Prozent im Minus, Nvidia 83 Prozent, das läuft ganz gut. Und Tesla 31 Prozent im Minus, ebenfalls alles meine Dinge. Das sind alles so Dinge, die man im Kopf haben muss, bevor es in irgendeiner Form weitergeht. Und das muss euch, wie gesagt, auf jeden Fall wichtig sein. Und das war für mich ein riesengroßes Learning in den letzten Jahren. Ich habe, als die Zinsen nach oben gegangen bin, habe ich reingebuttert wie bescheuert. Das war natürlich überhaupt gar manchmal so eine kluge Idee. Daraus muss ich letztendlich lernen. Was natürlich jetzt auch spannend wird, wenn die Leute jetzt in sichere Assets gehen. Bitcoin hat sich vielleicht schon so ein bisschen etabliert, aber so richtig wie Gold wahrscheinlich noch nicht. Wir haben das Halving diese Woche. Mal schauen, was danach passiert, was die Meiner machen, ob mehr verkauft oder weniger verkauft wird. Das kommt natürlich jetzt auch, das könnte sich jetzt natürlich auch sehr krass multiplizieren mit halt eben Spannungen, die wir haben auf der Welt. Da kommen wir halt eben nicht drum rum. Wenn Leute Bitcoin kaufen wollen, machen sie es vielleicht noch irgendwie ein bisschen vorher, wenn der Bitcoin günstig ist. Wird er danach teurer? Weiß man nicht. Werden wir letztendlich sehen. Aber ja, es ist soweit. Das Bitcoin-Halfing steht an. Alle vier Jahre war das, glaube ich, werden ja die Miningraten quasi um die Hälfte gekürzt. Die Inflation wird gesenkt um das Doppelte, also die Inflation wird halbiert. Und ja, ich gehe nicht davon aus, dass wir plus minus irgendwie ein paar Tage da irgendwelche großen Voluminas sehen werden. Aber wir haben ja zumindest hier, das seht ihr hier, das war gestern die Geschichte, wo der Iran angegriffen hat. Da sind wir mal stattliche 6, 7 Prozent nach unten gegangen. Bei Bitcoin und bei anderen Coins, DFI, hat das dann natürlich nochmal ein bisschen mehr wehgetan. Hier waren wir bei 12 Prozent. Bei SAI waren wir bei 20 Prozent. Crow hat es ein bisschen mehr erwischt. Ne, das ging auch noch 12 Prozent. Aber Crow lief auch die letzte Zeit eigentlich ganz, ganz okay. Ja, Bitcoin-Halfing steht auf jeden Fall an. Denn ansonsten fangen wir diesmal an mit Jellyverse. Ich versuche immer so ein bisschen Rotation mit reinzubringen in die Videos. Jellyverse, beziehungsweise gar nicht so sehr das Jellyverse. Auch hier ist es wichtig. Das Jellyverse kann ja das beste Produkt der Welt sein. Die Leute dahinter können ja super sein, können die besten Produkte der Welt bauen. Aber das Jellyverse ist ja auch auf einer Blockchain vertreten, die ihr ja in irgendeiner Form vielleicht auch verstehen müsst, um zu wissen, was da halt eben abgeht. Das ist ja bei der Deferchain genauso. Du kannst das beste Protokoll der Welt haben, wenn die Deferchain halt eben Probleme macht, Blockzeiten oder unzuverlässig ist. Dann ist das halt eben auch nicht cool. Und Santiago hat hier, ich habe es mir ehrlich gesagt noch nicht angeschaut, habe nur so ein bisschen reingesneakt. Hier einmal ein Video gemacht über das Sci-Network. Also das ist ja eben die Plattform oder die Blockchain, die sie gewählt haben für ihr Jellyverse, für ihr Business, für ihr Geld, was sie auch eben investiert haben. Wir haben ja letztes Mal schon darüber geredet, dass es schnell ist. Das ist schon mal ganz gut. Aber wie ist es mit der Sicherheit? Ist hier der Wasm Layer schon aktiv? Wasm Layer habt ihr ja von gehört. Da will ja die Deferchain hin. Sci scheint dort offensichtlich schon so zu sein. Und genau, das finde ich auf jeden Fall wichtig, auch für jeden Investoren oder Interessenten. Im Jellyverse selbst, dass man sich natürlich mit dem zugrunde liegenden Layer, also der Blockchain, halt eben befasst. Und das ist auf jeden Fall noch auf meiner To-View-Liste. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Santiago hat hier einmal selbst ein Video drüber gemacht. Und was ich ebenfalls ganz spannend fand, ich hatte da so aus Spaß in den Telegram-Tür reingeschrieben, ob das jetzt ein Franchising ist. Ihr kennt das ja vielleicht. McDonalds, Subway, Burger King und so weiter und so fort. Die betreiben ja nicht ihre Filialen selbst, sondern die haben ein Franchising. Das heißt, ein Unternehmer sagt, hey, pass mal auf, McDonalds, ich baue hier McDonalds hin, wenn das okay ist. Wir arbeiten hier zusammen, ich kann werben, bla bla bla. Das ist meine Verantwortung, aber eure Produkte, eure Werbung. Und da gibt es halt eben gewisse Regeln. Und da trifft man sich dann halt eben, schüttelt sich die Hand. McDonalds gibt die Lizenzen, die Werbung, ein paar Vorgaben. Der Franchise-Nehmer kann das Ganze halt eben nutzen, kann er mit Geld generieren am Standort seiner Wahl, wenn das mit McDonalds zusammenpasst. Und dann passt das halt eben so. Das gibt es bei super vielen verschiedenen Dingen. Happy Slice, Happy Pizza mit Knossi und Trimax ist ja genau das Gleiche. Wir da machen irgendwelche Pizzerien im Auftrag von den anderen und so weiter. Muss ich jetzt nicht, muss jetzt kein Franchise, kein Franchise, Franchise sehr großartig erklären. Ansonsten guckt euch gerne mal, es gibt so ein, mit Keaton, wie heißt der? Es gibt einen ganz fantastischen Film, wo die Anfänge von McDonalds erklärt werden. Ja, das ist ein Hollywood-Film oder irgendwie sowas. Fand ich sehr, sehr spannend. Okay, zu viel abgeschweift, sorry. Es geht ja immer darum, Jelly Swap arbeitet in dem Moment mit Balancer zusammen, beziehungsweise Jelly Swap ist ja zum Teil ein Balancer-Fork oder basiert auf Balancer, was ein Lieferprotokoll ist in der ganzen Welt. Es sollte bekannt sein. Und was hier jetzt geschehen ist, ist folgendes. Balancer hat halt eben ein Protokoll, ist auf verschiedenen Blockchains vertreten. Und Balancer kann sich natürlich überall einnisten und kann sagen, ich bin auf der Blockchain, der Blockchain, der Blockchain, der Blockchain, der Blockchain. Und in dem Fall ist es so, dass Balancer nun mit Jelly Swap zusammenarbeitet und das ein Balancer-Friendly Projekt ist. Das ist so ähnlich wie Franchise, so nennen sie das zumindest auch auf ihren Seiten. Das heißt, Jelly Swap ist nun der einzige Fork oder beziehungsweise das einzige Balancer-Friendly-Protokoll auf dem Say-Network. Und da wird es auch kein anderes geben, was offiziell von Balancer beworben, empfohlen oder wie man auch immer nennt, das halt eben ist. Also ein Official-Friendly-Fork. Und das ist super wichtig, denke ich, gerade auch aus der Perspektive der Sicherheit, des Sicherheitsgefühls, dass halt dort wirklich das Protokoll am Start ist und sagt, hey, okay, ich komme mit diesem Projekt klar. Das ist nicht irgendwie so ein Hintertürchen-Projekt, ja, wo wir kein Vertrauen drin haben. Und das ist, glaube ich, eine gute Geschichte. Auch natürlich zum Investieren, no financial advice. Das einmal dazu. Hier seht ihr übrigens nochmal das Video, was ich mir aufgemacht hatte, wo Santiago über die verschiedenen Dinge geredet hat. Say Version 1, Say Version 2, OASM, Optimistic, Vanilla, Twin Turbo, keine Ahnung, was das bedeutet. Da müssen wir uns einfach mit befassen. Womit wir uns auch befassen, und das ist vielleicht ein bisschen einfacher zu erklären, ist ja der Frankencoin. Und da reden wir jetzt seit Mitte März mittlerweile drüber. Und holy shit, der geht ganz schön ab. Und ich weiß, ein Stablecoin ist jetzt nicht so spannend, wie acht verschiedene Dinge in Liquidity-Pools reinhauen und Geld cashen, wie bescheuert. Aber das muss ja auch nicht immer super spannend sein. Wir haben ja hier gerade schon gesehen bei den Werten, ja. Hier ein Jahreschart, Bitcoin 109%, Ethereum, was hatten wir da? 50, Crow 70, DFI im Minus, Psy hat gepumpt, na Hut ab auf jeden Fall. Es muss nicht immer die fancy Default Chain sein, beziehungsweise eine fancy Default Chain, sondern es kann auch mal was langweiliges sein, sofern man sagen möchte, dass es wirklich langweilig ist. Der Frankencoin geht einfach richtig krass durch die Decke. Wir haben Anfang des Jahres angefangen mit einer halben Million Tutel Value Locked. Wir sind jetzt am 10. April, das war vor vier Tagen, bei vor 14 Millionen, also wir haben schon in 14X hingelegt. Und der FPS-Token ist das, wo ihr investieren könnt und wo ihr an den Gebühren halt eben beteiligt werden könnt. Da waren wir Anfang des Jahres bei knapp unter 200 und sind jetzt bei 1.000, bei über 1.200. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 1.400. Ich könnte jeden Tag die Bar hier neu erstellen. Das wird natürlich ein Monatsvergleich, aber da ist schon ordentlich was passiert. Anfang April waren wir bei knapp 900, nun bei 1.200, 1.400. Das gibt schon eine saftige Rendite und ihr dürft nicht vergessen. Und was ich richtig cool finde übrigens, dieser FPS-Token, ihr generiert ja, bzw. ihr bekommt ja indirekt einen Teil der Shares bzw. der Gebühren. Das bedeutet, das ist jetzt nicht unbedingt ein Token, der hoch und runter schwankt. Das heißt, dieser Abverkauf hier, den wir gesehen haben bei Bitcoin, der hier, wo es nach unten ging, das hat den FPS-Token gar nicht gejuckt, weil die Gebühren werden ja nicht wieder abgezogen. Ja, das ist ja das Coole daran. Das darf man nicht vergessen. Und was der FPS-Token auch richtig cool macht, muss ich an der Stelle sagen, ist, man kriegt keine Rewards, sondern der Preis des Tokens wird einfach nur höher. Das heißt, es wird natürlich in Deutschland nochmal deutlich anders steuerlich behandelt. Ich weiß ja nicht, ich habe letztes Mal eine Steuererklärung gemacht. Man kann ja Verluste mit Gewinne berechnen, etc. pp. Was man aber nicht machen kann, ist keine Steuerberatung meinerseits. So habe ich das nur gemacht, ja. Man kann ja keine Rewards verrechnen mit Kryptoverlusten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Staking, durch irgendein Staking-Protokoll, Staking-Rendite bekomme und ich trade irgendeinen anderen Coin und mache da Verluste, kann ich die beiden Dinge nicht gleichzeitig verrechnen. Ihr könnt euch auf dem Kanal von Sven Kamprin da nochmal umschauen. Der hätte das nämlich genau so gesagt. In dem Fall ist es aber so, dass einfach nur der Wert deines Tokens steigt. Das heißt, wenn du ihn zurückschaust, kriegst du halt eben mehr. Und das bedeutet, man kann natürlich hier dann Gewinne mit anderen Verlusten verrechnen. Das hat man vielleicht ab und an mal. Und das kann natürlich auch eine spannende Geschichte sein für die Deutschen unter uns, die vielleicht letztes Jahr Verluste gemacht haben und jetzt Gewinne von diesem Jahr mit dem. Aber wie gesagt, das ist keine Steuerberatung und da könnt ihr natürlich zu einem Steuerberater oder Beraterin gehen, um dort eure richtigen Dinge zu finden. Wir machen wieder so einen Monthly Recap Ende des Aprils. Ansonsten würde das hier auch wieder das Ganze sprengen. Der Frankencoin, der geht auf jeden Fall ganz, ganz, ganz fantastisch ab. Und ihr habt nun die Möglichkeit übrigens über die DFX das Ganze auch direkt zu kaufen. Also bevor es war ja so gewesen, da musstet ihr den ZCRF holen, dann könntet ihr den tauschen auf Ethereum. Hat das ein bisschen gekostet, weil Ethereum teuer ist. Nun könnt ihr den FPS-Token einmal direkt bei der DFX kaufen in eure Metamask oder Rabi-Wallet. Und ihr habt nun zusätzlich noch die Möglichkeit, den WFPS zu kaufen. Das bedeutet, der rappt FPS auf Polygon. Das heißt, die Gebühren sind auch noch mal deutlich niedriger. Also ihr müsst auch gar nicht auf Frankencoin.com gehen. Ihr könnt hier einfach mal den so holen und dann habt ihr den einfach mal gerappt. Vorteil ist hier natürlich, wenn ihr den FPS-Token habt, ne, auf Ethereum, dann habt ihr natürlich auch Stimmanteile. Das ist ebenfalls etwas, was ihr natürlich bei Frankencoin habt. Das heißt, ihr könnt dort ein Veto einlegen, wenn irgendjemand ein neues Correteral eingeben möchtet, weil ihr ja Teil der Firma quasi seid, ja. Das einmal kurz zu dem Update. Jetzt kommen wir einmal kurz zu Defi-Chain. Ne, da kommen wir noch gar nicht hin. Oh, ein bisschen kommen wir da hin. Thema Frankencoin nochmal, ne. Es ist schon sehr lange her, dass ich gesagt habe, Kevin hat darüber ein Video gemacht. Das ging ja meist nur mit der Defi-Chain zusammen. Aber ich muss euch sagen, wenn ihr mir nicht glaubt, beziehungsweise auch nochmal eine andere Meinung zu dem Frankencoin haben wollt. Kevin Söhl, den solltet ihr kennen. Der hat ein neues Altcoin-Investment. Den Frankencoin. Und er erklärt das hier ganz fantastisch, was es für Unterschiede gibt zwischen Liquidity, Aave, Curver, Maker. Hier geht es um die Orakel. Welche Besonderheiten da sind, was seine Investment-These ist. Da geht es auch unter anderem auch natürlich um den FPS-Token, um den Founder und so weiter und so fort. Alles ist natürlich wie immer unten verlinkt. Schaut euch gerne das Video von Kevin an. Dann bekommt ihr nochmal eine zweite Meinung. Jetzt kommen wir aber einmal zu Defi-Chain. Deswegen gucken ja die meisten hier auch sicherlich zu. Aber wie gesagt, ich change das mal so ein bisschen. Wir haben jetzt definitiv eine Proposal-Runde, die endet am 16. April. Das heißt, jetzt müsst ihr euch letztendlich entscheiden, wenn ihr nicht schon mal Bake abgestimmt habt, eines der drei Proposals hier zu wählen oder eben halt auch nicht. Ich verlinke euch ebenfalls diese Seite unten. Ihr könnt euch das nochmal in Ruhe anschauen. Ich habe dazu im letzten Video schon mal meine Meinung gesagt. Das muss ich nicht nochmal wiederholen. Und es stehen natürlich neue Proposals an für die neue Runde, die sehr, 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 sehr spannend wird. Das gucken wir uns aber dann ein andermal an, okay? Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, unter anderem ein Defip steht an, wo die Dexvie einmal komplett auf 0% gesetzt werden soll. Und wenn ihr jetzt eure Öhrchen jetzt so, Hä? Warum das denn? Was soll das denn bedeuten? Dann kann ich euch folgendes empfehlen, nämlich ein Video von mir. Ich mache mal ein bisschen Promotion für mich selbst. Das Video habe ich am Samstag online gestellt und ich habe einmal alles aufgearbeitet, was wir alles in einem Jahr so halt eben erreicht haben. Grundsätzlich ging es einmal nochmal kurz zur Neuausrichtung der Defer Chain. Fabio hat ja ein bisschen darüber geredet, was so seine Ideen sind für die Defer Chain, in welche Richtung er gerne gehen würde, beziehungsweise welche Ideen er hat. Das habe ich euch einmal nochmal kurz aus dem Video von dem Cake Space rausgeholt. Das könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Das sind sehr interessante neue Dinge. Ich habe euch einmal nochmal, und das verstehen heutzutage leider immer noch nicht viele Leute, die vier Werte des DOSDs erklärt. Manche denken einfach nur, dass der Preis wichtig ist. Und ich sage es jetzt einfach nur mal ganz, ganz, ganz drastisch, so wie es sein soll. Das ist falsch. Wenn ihr nur auf den Preis achtet, dann ist das nicht korrekt. Das ist falsch. Ihr müsst mehr damit reinnehmen. Es gibt Netzwerkeffekte zu diesen vier Werten, die erkläre ich in diesem Video. Wenn ihr nur auf den Preis achtet, habt ihr den DOSD leider nicht verstanden. Okay? So, wo sind denn die DOSD-Maßnahmen gewesen in dem letzten Jahr und wo haben die angesetzt? Waren die beim Preis, bei der Dex, wie bei der Algo Ratio oder bei der Liquidität? Das können wir uns hier einmal anschauen. Das habe ich euch hier grundsätzlich mit reingeschrieben. Wir haben die DOSD-Werte im Jahresvergleich. Die vier wichtigen Werte. Wie hat sich das Ganze in zwölf Monaten verändert? Trotz Zukäufe, trotz Burns, trotz Liquiditätsspritzen, durch Team Repack, durch Bake und so weiter und so fort. Hat der Bayern Burn-Bot etwas erreicht? Sind die Algos hoch oder runter? Das findet ihr alles in dem Video. Und dann geht es einmal nochmal um die neue Idee, nämlich die Dex-Feed zu senken, was dahinter ist. Und das ist natürlich alles in Deutsch für euch aufbereitet. Okay? So. Des Weiteren gibt es ebenfalls gerade eine Diskussion darüber. Oder jemand behauptet, sagen wir mal so, jemand behauptet, dass es offenbar in der aktuellen Phase möglich ist, dass man mit den aktuellen Maßnahmen, die wir haben, dass es möglich ist, ungedeckte Algo-Token zu kreieren. Das ist etwas, was wir früher hatten. Das haben wir abgestellt. Und hier soll es so sein, dass man mit dem Negative Interest Rates in der aktuellen Situation, wenn man das System ausnutzt, sage ich mal, ungedeckte DOSD- bzw. ungedeckte Token kreieren kann. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir wollen natürlich nicht Algo-DOSD haben, sondern wollen die verschwinden lassen. Ich verlinke euch das hier einmal und auch das hier. Und wie das geschehen soll, offenbar ist Folgendes. Ja? Und wichtig ist, wie gesagt, das ist nur eine Annahme oder ein Vorwurf. Wenn ihr das Ganze widerlegen könnt oder bestätigen könnt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das einmal unten in die Kommentare schreibt oder hier natürlich auch in den Reddit-Thread, weil das ist etwas, da müssen wir uns drum kümmern. Weil wenn wir schon bei 93% Algo-Token sind, mal unter uns, wo kommen die her? Ja? Dann müssen wir uns da wirklich Gedanken machen. Ja? Das wurde hier in der Form bei den beiden Reddit-Threads einmal so beschrieben. Und zwar haben wir ja die Negative Interest Rates. Das heißt, jemand burnt DOSD und ein Teil geht halt in einen Topf, das dachte ich bislang. Und die werden später verteilt an diejenigen, die DOSD-Balls haben. Und jetzt könnt ihr euch das so vorstellen, das wird alles nicht so komplett automatisch gemacht, sondern da wird erstens händisch eingegriffen und zweitens haben wir so einen kleinen Delay, also eine Verzögerung. Und das könnt ihr euch in etwa so vorstellen, jemand verkauft irgendwie DOSD oder so, ist egal wie viel. Und dabei werden dann zum Beispiel 100 DOSD als Burn generiert, die dann irgendwann ausgeschüttet werden. Und dann ist es halt eben so, dass das erstmal dann aufgenommen wird und ab einem bestimmten Stichpunkt wird halt geschaut, okay, wir haben in der aktuellen Zeit 100 DOSD, die ausgegeben werden müssen und haben zum Beispiel 100 Volt Halter. Das bedeutet, es gibt ja eine Excel-Liste, da ist das ja alles reingeschrieben. Und dort wird dann quasi reingeschrieben, okay, wenn das nächste Mal Negative Interest Rates ausgeschüttet werden, wird einfach pro User, der halt eben da ist, weil wir 100 DOSD haben und 100 User, die das haben möchten, wird ein DOSD ausgeschüttet. Ja, das wird dann dort reingetragen, wird aber später erst ausgeführt. Und jetzt ist die Theorie folgende. Es wird dann festgelegt, dass quasi jeder von diesen Tokenhaltern bzw. den Empfangenden ein DOSD bekommt. Und wenn sich zwischen der Eintragung und der Ausschüttung noch neue Token-Empfänger dazwischen jubeln, dass die dann auch einen DOSD bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Also normalerweise würden 100 DOSD verteilt werden auf 100 und dann ist halt eben gut. Und wenn wir nun 100 DOSD haben und wir haben nicht 100 Empfangende, sondern haben 1000, dann werden nicht 100 ausgegeben, sondern 1000. Das bedeutet, 900 würden algormäßig neu kreiert werden. Und das ist eine Theorie, die hier bei Reddit geschrieben worden ist. Die wurde hier zum Beispiel auch etwas größer einmal erklärt. Und ja, wie gesagt, wenn ihr da mehr Ahnung habt, wenn ihr in der Blockchain-Technik drin seid, solltet ihr auf jeden Fall mir gerne mal Feedback geben, ob da was dran ist. Und falls da nichts dran ist, ebenfalls genauso. Das wäre natürlich gut, wenn wir das einmal geklärt bekommen und auch das hier einmal aus dem Weg räumen können. Weil das wäre sonst eine ziemlich miese Geschichte, weil wir ja aktuell StakeX haben. Und StakeX nutzt ja halt eben die Negative Interest Rates. Und die schieben halt mal nicht nur eben ein, zwei Volt hoch, sondern die, also, warte mal, ich zeige euch das mal ganz kurz. Die würden ja gegebenenfalls ungewollt das Ganze hier ausnutzen, indem Volt weg sind, dazukommen, weg sind und so weiter und so fort. Und da müssen wir uns definitiv Gedanken machen, weil das wäre echt schlecht, wenn wir immer mehr Algo-Token dazu bekommen. Deswegen möchte ich das einmal kurz erwähnt haben. Bene hatte einmal eine Umfrage gestellt, die ist ebenfalls natürlich unten verlinkt. Und zwar geht es hier einmal darum, dass er einmal in die Runde gefragt wird, hey, wenn es Apollon geben sollte auf der Defer Chain bzw. auf der Meda Chain, würdet ihr das nutzen oder nicht? Apollon habe ich euch schon mal vorgestellt in einem Video von den Defer Chain, Days nenne ich sie jetzt mal, in München Anfang des Jahres. Ihr könnt einfach nur mal Defer Chain und Black Swan bzw. Apollon bei YouTube eingeben. Da bekommt ihr einmal auch eine Übersicht über das Interface, was die gebaut haben und so rausbringen wollen, wie ihr tatsächlich, wie bei einer Börse richtig handeln könnt. Das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte gewesen. Und ja, ihr könnt hier gerne Feedback geben, wenn ihr das auch auf der Defer Chain haben wollt. Denn Black Swan hat ja nicht gesagt, wir gehen nur auf ein anderes Netzwerk, Tau Kakao, wie Jellyverse das gemacht hat. Sondern Black Swan ist ja unter anderem auch ein Teil von Jellyverse. Aber die können natürlich auch auf mehrere Blockchains sein. Und deswegen sind Bene und Tommy hier am überlegen, ob die das auch auf die Defer Chain bringen. Und das muss natürlich letztendlich genutzt werden. Und ihr könnt dort Feedback geben, ob ihr das haben wollt oder nicht. Ja, eine coole Geschichte. Und jetzt einmal nochmal kurz so eine Sache in eigener Sache. Das ist hier ein Kommentar, den Tommy mal vor einem Jahr gepostet hat. Und er hatte geschrieben, das Problem, welches uns gerade entgegenkommt, ist, dass wir kollektiv das D-Token-System Probleme nicht verstehen, beziehungsweise wir eine Kultur zulassen, wo Leute auf persönliche Ebene andere angehen, ohne Widerlegung der Argumente, Daten und so weiter zu liefern. Und die Leute haben einen Haufen Leute hinter sich, die keine Ahnung haben und applaudieren. Und das ist etwas, was wir vor einem Jahr gesehen haben. Und das ist etwas, was wir dieses Jahr wieder sehen. Und das wird halt eben nicht verschwinden. Es gibt halt Leute, die frame andere als Vollidioten. Die haben dann meinetwegen einen Haufen Leute hinter sich stehen, die alle selber keine Ahnung haben und folgen diesem einen und klatschen für ihn. Und dann verzerrt sich die komplette Defer Chain von einer Daten-Fakten-basierten und, ja, rationalen Ebene, auf einer Meinungsebene, auf einer persönlichen Ebene. Und das ist echt keine gute Kultur, die wir haben sollten, weil ihr seht das zum Beispiel hier. Das ist hier dieses Video. Neues Defib, Freiheit für den DOSD. Und da rede ich über diese vier Dinge, wie die sich geändert haben und so weiter und so fort. Und ich knall hier harte Zahlen rein. Das ist keine Meinung, das sind keine Annahmen. Das sind harte, 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 knallharte Zahlen, ja. Und da kann man nun zum Beispiel sagen, ich entgegne dem mit anderen Zahlen. Deine Zahlen sind nicht korrekt. Ich habe hier rationale Entwicklungen. Das ist deswegen passiert und so weiter und so fort. Und hier sehen wir zum Beispiel, und das ist jetzt nicht persönlich, diesen einen rausgesucht, aber er hätte kommentiert, dass wir hier darüber geredet haben, dass alles schlechter geworden ist. Und als Kommentar bekommt man, ich denke, wir schauen jetzt erstmal auf den JAV-Token am Mittwoch und dann auf ein Ergebnis der Gerichtszahlung und schwupps, sieht vielleicht alles wieder ganz anders aus. Das ist so nicht okay. So kommen wir nicht vorwärts. Wenn wir einfach nur mit Hopium, das ist so, das ist in etwa so, als würde ich in DFI investieren und mir vorher eine Heilsteinkette um den Hals machen, um zu denken, jetzt habe ich ein besseres Schakra in meinem Finger, wenn ich auf Kaufen drücke. Das funktioniert so nicht. So kommen wir nicht voran. Die DeFi-Chain, Blockchains, Finanzen sind Daten-Fakten-basierte Dinge. Und wir müssen uns auf genau dieser Ebene unterhalten, wenn wir auf genau dieser Ebene, wo wir etwas kaputt gemacht haben, das haben wir gemacht durch den Buyback, durch DFI, wenn wir mathematisch etwas kaputt gemacht haben, müssen wir mathematisch, auf mathematischer Ebene auch darüber reden und nicht auf Gefühlsbasis und dann wird das schon irgendwie und dann sinkt die Stability ganz von alleine. Das tut sie nicht, das wird sie nicht, vor allem nicht, wenn es halt eben Länge mehr gibt, die irgendwelchen Leuten vertrauen, die leider keine Ahnung haben, ja, die aber vielleicht in dem Moment so klingen, als hätten sie Ahnung, denn das sind ja die Werte und die Fakten. Und wir hatten vorher die Geschichte, dass die Meta-Chain alles retten soll, dann hatten wir den Bullenmarkt, der alles retten soll, dann hatten wir das Operation Repack soll alles retten, dann hatten wir Julian Carve soll alles retten, dann hatten wir Cake kommt irgendwann wieder, soll alles retten, dann hatten wir, wir haben Liquidität von John Ross, das soll alles in irgendeiner Form, in irgendeiner Form retten. Wir haben so viele Dinge, die nicht faktenbasiert sind, da halten wir uns die ganze Zeit fest und das nächste ist halt eben Jeveless und dann kommt das nächste Token und das nächste, aber wenn wir halt eben nicht faktenbasiert agieren, dann können wir auch faktenbasiert leider nichts verändern. Das ist leider sehr traurig, aber das ist halt eben genau das, was Tommy geschrieben hat. Wir erlauben so eine Kultur. Wir erlauben, dass sich Meinungen über faktenbasierten Aussagen stellen und durch Meinung kann man leider nichts verändern. Ein kleines Beispiel, das ist ein Newsletter, den Kevin Söhl, fastest Member der DeFi-Chain, sage ich jetzt mal so, vor ebenfalls einem Jahr gepostet hat. Er wurde dort angegangen dafür, dass es Quatsch ist, Unsinn, er nur fatt erzählt, er soll einfach aus der DeFi-Chain raus, er soll einfach alles verlassen, er lügt, er möchte der DeFi-Chain schaden und so weiter und so fort. Da wurde er sehr krass angegangen, er wurde beleidigt und so weiter und so fort. Aber die Dinge, die hier stehen und die muss ich jetzt nicht nochmal vorlesen, ihr könnt selber auf Stop drücken und könnte ich das alles durchlesen. Da hat sich nichts verändert. Da hat sich zum größten Teil zu 90% nichts verändert. Das ist immer noch so. Kevin hatte in dem Moment recht. Hier hat er gesagt 0,1, 0,2 Cent. Da sind wir drunter. Wir sind unter 0,1 Cent. Ja, das stimmte. Und es steht ja auch hier, die DeFi-Chain befindet sich in einem Teufelskreis und das Problem wird sich nicht von selber lösen. Und das haben wir anhand der Daten gesehen. So, also, kommen wir mal zu dem spaßigen Teil des Videos. Wir hatten einen Gerichtstermin mit Julian, Usain, also der Bake, Spake-Drama und so weiter. Ihr wisst schon Bescheid. Und es gab auf Reddit offenbar einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die sich gesagt hat, ich schreibe das mal alles mit und gebe da mal für alle Leute, die nicht dabei sein können, einen Report. Ich schreibe mal auf, was da los war, damit die DeFi-Chain-Community Bescheid weiß. Das ist ja super. Das ist ja super. Weil ich hatte leider keine Zeit, dahin zu fliegen und mir das anzuschauen. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal kurz an. Ja, was kam denn dabei raus? Und ich habe jetzt mal Folgendes gemacht, weil ich das natürlich so neutral wie möglich wiedergeben möchte und auch nicht meine Meinung mit einfließen machen möchte und auch gar keine Spekulation darüber machen möchte, habe ich diesen Text genommen und habe den mal in ChatGPT reingejagt und habe mir 15 Punkte zusammenfassen lassen, was dort passiert ist. Und danach habe ich gefragt, ob ChatGPT denkt, ob dieser Bericht vielleicht in irgendeiner Form voreingenommen gewesen ist, irgendjemandem gegenüber. Und dann habe ich noch daran geschrieben, ob das nun geholfen hat oder nicht, dass dieser Termin halt eben da gewesen ist oder nicht, basierend auf diesen Dingen, die bei Reddit geschrieben worden ist. Also, was hatten wir denn? Was war denn nun bei diesem fantastischen Gerichtstermin? Ja, der Text, da geht es um Einblicke in die Gerichtsverhandlung zwischen Usain und der Cake Group. Die Mitarbeiter hatten vor der Verhandlung wenig Informationen und waren von Unsicherheit und Gerüchten umgeben. Fragen der Mitarbeiter drehten sich um Julians Angebot, Usains Rolle und die Zukunft des Unternehmens, also Bake Cake. Die Gerichtsverhandlung begann pünktlich um 10 Uhr und war gut besucht. Und da müssten ja auch dann Reporter dabei gewesen sein, oder? Julian war nicht anwesend, wurde aber von seinem Anwaltsteam vertreten. Die Anwälte von Usain behaupteten, er sei in der Firma festgefahren und forderten die Schließung des Unternehmens. Die Anwälte von Julian präsidierten Beweise und widerlegten Usains Behauptungen. Sie zeigten, dass Usain in der Vergangenheit mit den von ihm angeprangerten Handlungen einverstanden waren. Die Mitarbeiter empfanden Usains Argumente als schwach und fühlten sich von ihm verraten. Die Anhörung endete mit dem Richter, der Zeit für eine Entscheidung benötigte. Die Mitarbeiter hoffen auf eine Abweisung der Klage. Es gab Diskussionen über die Finanzierung und den Ablauf der Anhörung. Die Anwälte von Julian waren gut vorbereitet und präsentierten klare Argumente. Die Anwälte von Usain schienen unvorbereitet und hatten Mühe, ihre Argumente zu verteidigen. Die Mitarbeiter waren erleichtert, als die Anhörung endete und hofften auf eine baldige Entscheidung des Richters. Anhand von diesem Text, und der halt eben bei Reddit gepostet worden ist, klingt das ja erstmal so, als hätte Julian alles richtig gemacht und Usain hat offensichtlich nicht so viel sich Mühe gegeben und die Anwälte sind irgendwie kacke oder so. Deswegen muss man natürlich in irgendeiner Form schauen, gibt es dort in irgendeiner Form eine Voreingenommenheit? Ist es vielleicht ein Mitarbeiter von Bay, der bezahlt wird dafür, dass er halt eben das genauso postet und halt eben in irgendeiner Form das Framen möchte, ob Julian oder Usain gegenüber? Und das könnte ich jetzt nun interpretieren und dann könnt ihr da sagen, Michael, du bist selber eh Julian-Hater, du Arschloch! Deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich habe ChatGPT gefragt, zu diesem Text, den ich dort gepostet habe, hört es sich so an, als wäre der Autor des Textes voreingenommen gewesen. Und die Interpretation überlasse ich nun ChatGPT. Und ChatGPT hat gesagt, Ja, es scheint so, als ob der Autor des Textes eine deutliche Voreingenommenheit gegenüber Yusain-Chua hat und eine starke Parteiennahme für Julian und die K-Group zeigt. Der Autor präsentiert die Argumente der Anwälte von Julian als überzeugend und gut vorbereitet, während er die Anwälte von Yusain als unvorbereitet und schwach darstellt. Darüber hinaus werden Yusains Handlungen und Behauptungen im Text stark kritisiert und als fragwürdig dargestellt. Während die Aktionen von Julian und seiner Seite positiv bewertet werden. Dies deutet auf eine einsätzliche Sichtweise des Autors hin, die möglicherweise von persönlichen Empfindungen oder Erfahrungen beeinflusst sind. Sonst hätte auch der Autor nicht geschrieben, dass Yusain sich wie ein Psychopath aufführt, glaube ich. Aber gut, das ist ja nicht meine Interpretation, sondern die von ChatGPT, die er anhand des Textes rausgesucht hat. Ihr könnt euch den Text bei Reddit ja selber anschauen und eure eigene Meinung bilden, ja. Die Frage ist aber letztendlich, war das nun etwas, was uns vorangebracht hat auf der Deferchain als Kunde von BAKE? Hilft uns das nun, dass es diesen Termin gab? Und nein, basierend auf dem Text scheint der Termin und das, was während der Gerichtsverhandlung geschehen ist, nicht besonders konstruktiv gewesen zu sein. Starke Emotionen, gegenseitige Anschuldung, bla und so weiter und so fort. Es hat irgendwie nicht so viel gebracht. Stattdessen steint die bestehende Spannung und Konflikte sich weiter verschärft zu haben. Und das ist das Ergebnis dieses, ja, dieses Gerichtstermins. Basierend auf den Worten, die bei Reddit geschrieben worden sind. Ich weiß nicht, wer das ist. Es ist natürlich anonym gepostet. Aber es ist auch dort, wie gesagt, wichtig zu wissen, hat Juse niemanden beauftragt, das so zu framen, um ihn besser darzustellen? Hat Julian das eben irgendwie beauftragt, damit es irgendjemand anderen besser darstellt? Hat niemand das gemacht? Und irgendjemand ist ein Freund von A oder B? Das kann natürlich eben beides sein. Das sind Spekulationen meinerseits. Ich habe deswegen JTPT das Ganze, ja, JTPT ist neutral, da kann man nichts machen, halt eben einmal analysieren lassen. Und ansonsten kann ich euch Folgendes empfehlen. Hier ist der Thread. Ich habe euch hier meinen Post unten verlinkt. Da könnt ihr euch dasselbe anschauen. Und wie gesagt, das ist immer nur zum Bersten lang. Aber ich habe noch einen super Tipp für euch. Der gute Lars Berge, der hat sich den mal angeschaut, den Thread. Und der liest euch das hier vor. Ja? Ganz fantastisch hat er das gemacht. Es ist eine gute Nachgeschichte von Lars. Und die kann ich euch ansonsten auch empfehlen. Dann habt ihr noch mal ein paar mehr Daten. Das hier ist nur ein Bruchteil aller Daten, die da überhaupt mit vorkommen, ja? Da mache ich mal einen kleinen Teaser. Der Lars, der hat euch alles vorgelesen. Polizei, Hausdurchsuchung, hat irgendjemand mit irgendeiner Kreditkarte private Dinge gehabt, hat jemand private Mitarbeiter eingestellt. Das bekommt ihr alles in Lars' Video. Die richtigen Details, die zumindest dort anhand des Reddit-Threads breitgetragen worden sind, findet ihr dort, beziehungsweise ihr lest euch das einfach durch. Und das war die Tweakly. Und da habe ich vor Schock tatsächlich mein Mikrofon umgehauen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Es hat leider mit Politik und Inflation und Krieg angefangen und endet leider mit Gericht und ebenfalls Politik. Wir müssen uns vielleicht einfach klar werden, dass Geldmarkt Politik ist. Ach, wird schon. Okay, habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Ciao.